Bei mir geht ja nicht einmal mit der Staubsauger aus. Komm mal rüber, der Staubsauger geht nicht mehr aus. Du musst ein bisschen Zewa draufhauen. Das steht jetzt aber komisch. Was ist denn das bitte? Was ist denn das? Wie wenn er einen Totenschissen hat. Ja, bist du, Deppert? Und das soll man essen. Mein Alex. Ja, ich muss schweigen. Ja, deswegen gibt man es ja. Weil es stinkt. Und was isst du? Das ist ein Hundfutter. Ja. Ja, ein Harzkäse, ein Harz... Das ist auch mit der Suppe, wo der drin schwimmt. Ja, ein Harzkäse riecht auch nicht besser. Boah. 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 Boah, du schweigst doch. Was ist? Was ist denn? Was ist denn? Jetzt haben wir die Suppe, wo du schweigst. Was ist denn? Das ist ein Nachtisch. Ja, genau. Und am Tag, bitte. Malzeit. Boah. Das frisst jetzt. Das schwöre. Ja, jetzt hat er es gefilmt. Boah.